So, Hi Pyros. Heute teste ich heute mal ein paar Partikel 1 Artikel. So haben wir gut, das ist ein Fantasy. Also auf der Albuade. Wir haben den neuen Bengalfeuern, den Woderkopf. Dino-Teile. Wergenaufstand und Puderart. Die neuen Bengalfeuern. Und noch ein paar alte Sachen. Aber das soll euch überraschen. So, mit was fangen wir jetzt an? Schauen wir mal. Was ist da? Ich bin engalf. Wie ist denn das? Den Halten glaube ich. Ich bin engalf. Aber ich glaube auch. Machen wir eins auf. Ja, ich mach den. Das sind nichts. Ja, jetzt warte mal. Zwei. Erst mal du eins, schau. Und gehen wir da her. Weil ich bin erster. Weil ich bin größer. Auf dem Wind schauen wir ein bisschen. So. Bisschen wir dahinter halten. Bisschen so. Schauen wir mal, was hier ist. Schön. Aha. Schön, ja. Bitte. So. Du bist jetzt. Hier raus. Das ist echt schön, ja. So schön lang. Oh. Also, dann weiter. Du bist auch eins. Ja. Ich muss immer eine Boten ausführen. Das ist der letzte. Jetzt testen wir das alle. Also, nächster Artikel. Das willst du jetzt auch. Schauen wir mal. Das schmeißen wir da hinter. Dann tun wir was raus. Was ist das? Das. Dino-Hero-Fag. Ja. Das ist das. Das machen wir nachher. Das machen wir das da aus. Ich kann es hinstellen. Du kannst es hinstellen. Und ich sind geil. Na du. Du bist noch viel zu klein. Geht das da nicht raus? Ich kann ja noch nicht mal mit dem Feuerzeug hinlegen. So haben wir mal Arma. Das geht raus. Jetzt müssen wir hinstellen. Was ist das? Und ich? Was soll ich machen? Du kannst zuschauen. Da hast du noch mal eins. Nochmal? Komm da, dass du mir helfen. Ja genau. Soll das mal hin. Ein bisschen nebeneinander. Das haben wir da. Das haben wir da. Diese kleinen. Schau mal. Die kannst du auch hinstellen mal. Das nochmal mitnehmen. Du nimmst auch zwei Stück und stellst das hin. Ich hab nur eins. Dann nehmen wir da. Blaues oder rotes. Da. Dann stellen wir das hin. Genauso wie die... Ich hab mal da noch. Mal sehen, was das ist. Warte, ich hab mal drinnen, ob es nicht klingt. So. Dann stellen wir das mal damit her. So. Und. Alle nebeneinander. So, so. Und jetzt zünden wir jetzt alle nacheinander. Hast du noch eins in der Hand, Maxi? Nein, haben wir alle. Also, was sollst du hin? Oh, falsch lang. So, starten wir mal. Jetzt geht's wieder hinter. Ich bin hier. Komme sie hier, dann du kommen. Oh, mach mal an. Oh. 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 Oh, ja. juice da. Ich bin hier gefahren. Ja. Ja. Sie hört auf, dass es wieder wird. Ja. Mit Knall-Einlage. Das kommt auf der Knall-Einlage raus. Das ist eine schöne Venture. Der ist halbdurch. Jetzt kommen die grösseren dran. Schau mal, wie die da ist. Also echt top. Verklass dir eins. Das ist top. Und die letzte. Der Karton. Verstehen wir, was das ist. Also echt ein super Set. Oh, guck mal. Schauen wir mal, was wir noch genommen haben. Die restlichen lassen wir jetzt mal weg. Die Schwergenaufstand. Kann da jeder eins hinstellen? Ja, bleibe ich noch mal aufreißen. Warten wir jetzt in der Seite. So, nehmen wir welche raus. Jeder eins. Ich glaube, das sind alles die gleichen Farben. Der ist rot unten. Und der ist braun unten. Der ist grün unten. Und der ist auch grün unten. Nein, der ist braun. Ich habe auch braun. Das sind drei verschiedene Farben da. Da nehme ich rot. Der ist nicht grün. So, was ist die Mami? Ich nehme rot. Genau. Schauen wir mal hin. Warte mal, was sind das für welche? Dass wir unterschiedliche haben. Schauen wir mal die zwei hin. Also. Ich habe einen roten. Das andere Zeug können wir gleich mal ein bisschen weg. Ups. So, dann stellen wir die Geräte hin. Sehr gut. Nicht so weit. Ein ganz außen. Ein noch. Haben wir bloß drei? Ich glaube, wir haben vier. Was haben wir jetzt für Farben? Also einmal rot habe ich hingestellt. Grün. Braun. Gold. Rot. Rot. Schauen wir mal, ob wir blau auch noch drin haben. Ne. E. Und der ist gleich weg. Naja. Maxi. Nein, das sind die drei Farben. Die gibt es nicht. Die testen wir jetzt mal. Also, fangen wir mal an. Wegen Farbe fangen wir an. Ich habe nur ein Klatsch noch wieder. Jetzt machen wir mal. Ja. Ja. Meiner ist jetzt. Oh, schön. Da soll ich das. Und deine zwei. Oh! so jetzt geht es weiter mit den nächsten alter Schwede, also echt top Artikel warte da kommt der nächste oh, auskommen schauen wir ob wir nochmal hinzünden können dann tun wir mal noch welche hinzünden nehmt sie mal da noch welche raus, 2-3 stück ich entscheide der noch welche raus der, du darfst noch den noch da haben wir noch 4 Farben noch unterschiedlich auf jeden Fall eine nimm brauner Maxi eine brauner Maxi und ich nehm wieder eine rot dann kommen welche raus die eine rot nochmal 3 stück, dann schau jetzt mal hin nochmal einen, nein ich will noch nicht nochmal einen braunen ne nochmal, nicht nochmal einen roten Maxi also einmal rot nochmal rot nochmal rot nochmal braun was hast du für Farben noch? ich hab keine mehr dann nehmen wir nochmal die so, dann schau jetzt mal die 3 nochmal hin dann machen wir die 3 noch nein, nein, nicht den den da nicht den da so, dann schau jetzt mal nochmal hin nehmen wir den anderen ein da und ein da so, dann wieder weg dann schau jetzt mal so, dann wieder weg aber wir sind da alle miteinander ja boah eine Hügel Ja. Ja. Da muss der dritte nochmal. Hey. Ja. Ja, wirklich schön. So, was haben wir noch drin? Nein! So, schauen wir rein in die Kiste, was noch drin ist. Das lassen wir mal da hinten stehen. Tun wir das Blaue aus. Vulkan Fantasy, genau, tun wir die aus. Schauen wir mal die auf. Die sind noch ein bisschen größer, gell? Schauen wir mal, was das für Farbe ist. Einmal lila, einmal grün. Und einmal galt. Den brauchen wir nicht, das ist die dritte Tüte. Das war die drei Hinschrank. Vulkan Fantasy vom Führerort. So, dann schauen wir mal. Wie wäre es für alle fangen wir an? Grün, lila, oder? Grün! Ja, Maxi, sagen wir einmal eine zwei. Ja, da kommen wir nicht. Ich komme mit der Tüte ab und ab. Dann abflütteln. Ich glaube, das hat sich immer ein bisschen. Ja, so. Wow. Dann kommt der wieder mit. Da reitet es wieder. Also echt. Dann schauen wir mal den letzten. Ja. Top würde ich sagen, oder? Ich schieße auch welche. Ich schieße auch welche. Was haben wir jetzt noch drin in dem Kazon? Die Tortschritte. Die sind da wie so ganz. Wie ist die? Wie ist die? Die sind auch so lange. Die dauern lange. Jeder eins. Die kann man nicht in der Hand halten. Jeder darf einzeln stellen. Eins reicht schon von denen. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Jetzt kommt das Event Tortschritte. Schauen wir mal wie das ist. Dann machen wir das. Dann fangen wir ein. Dann fangen wir an. Ja. Da fangen alle. Ja. Jetzt ist es neu. Nicht schlecht. Aber ganz schön lange brennt er. Für F1 Feuerwerk. Top. Die brennen ganz schön lang. Das langt das eine, oder? Machen wir die andere Schachtel noch aus. Das stellen wir nicht mehr hin. Das langt schon. Die machen wir jetzt mal aus. Genau, was ist das da? Das sind Dinos. Die Dinopower, Maxi. Die Dinopower. So. Ein für den Maxi. Tun wir das 3 Rohr weg. Tun wir den Rohr weg. Und ein für den Maxi. Und noch ein für den Maxi. Das sind auch verschiedene Farben, oder? Schauen wir mal. Zeugt es mal her, doch. Das ist alles gleich. Das sind alles die gleichen, oder? Stellen wir einfach mal hin nacheinander. Da müssen wir drei hinstellen, und dann machen wir nochmal drei. Oder sind aber fünf? Ach, sind fünf. Genau. Dann stellen wir es einfach hin. Dann tun wir alle nacheinander. Warte mal, das Polz können wir wegzuholen. Weil es verbrennt es. Genau, stellen wir es einfach nebeneinander hin. Dann tun wir alle. Wir haben jetzt fünf, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, okay. Genau. Auf die Kante. Ja. Oh. 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 Das ist wie die Schmetterlingfontäne. Oh. Danke Club. es ist echt schön, oder? Dann machen Sie die diezme Curry an See you. Musik. Sie Monte. Ich glaube, da müssen wir uns mal welche kaufen von den Dienern, das ist schon schön, oder? Genauso richtig für zwischendurch und fünften. Jetzt sind wir dahinter, da geht doch der ganze wieder auf ins Gesicht, oder? Ja, jetzt geht der ganze noch dahin. Das war's. So, dann schauen wir mal, was haben wir noch in der Kiste? Ja, das ist dieser. Das ist der. Die haben wir schon aufgemacht. Ich hab mir die ausgesucht. Ich hab mir die ausgesucht. Ihr dürft doch alle welche hinstellen. Ich hab die ausgesucht. Schau mal, was haben wir noch für Farben? Rot. Blau. Pink oder Lila? Dann nehmt ihr mal jeder zwei Stück und setzt es hin. Dann sind wir immer zwei gleichzeitig. So, setzt es mal hin. Machen wir immer zwei Farben, oder? Mach das nebeneinander, dann sieht man es besser. Wo ist das für den Schlitter? So, genau. Oder? So. So, passt schon. Dann machen wir eins nach dem anderen. Das sind jetzt die von Brückhof. Die sind, glaub ich, ein Feuer. Glaub ich, oder? Schau mal, das ist rot. Yeah! Ja! Das ist jetzt rot. Ja. Sieht an, kommt Blau. Nein, nein, kommt Lila. Und dann kommt Blau und dann kommt Blau. Nein, das ist Lila. So, dann geht es weiter. Okay. Das ist Lila. Darf ich damit schießen? Mit, mit, machen? Ja, du ja nicht. Ich auch. Ich glaube, hier kommt Lila. Ich auch. Ja, da kommt Blau. Ja. Lila. Da gibt es ja die Reis. Da gibt es ja die Reis. Da kommt Blau, Lila. Da kommt Blau. Ja. Ja. Blau. 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 Die. Oh nein, das ist ja stark licht. Schau an. Probably der. Der ist Hall, oder? Ja. Der Blau. Der Blau, der lebt auch. Also der Silberne ist echt super, müssten sie anbieten, so Pakete mit Silberne, das ist ja toll. So, jetzt den aktuellen Kram haben wir jetzt glaube ich alles durch, oder? Dann machen wir jetzt mal weiter mit den alten Sachen. So, dann schauen wir mal an, was hast du jetzt? Eine Goldstadt. Ja, was? Halt mal da rüber, das ist schon weg. Maxi, du gehst ein bisschen weg. Geh weg, geh weg, ans Auto. Genau, immer mit dem Wind im Rücken, gell? Schmeiß ihn einfach hin. So, nächster Artikel. Echt? Nein, du nicht. Komm, du schmeiß ihn einfach hin, nicht da ins Auto reinschmeißen, schmeiß ihn da hin. So, jetzt kommt ein nächster. Jetzt kannst du mal der Pflanze geben, bitte. Silberblüten. Silberblüten. Ja, die schauen fast so aus wie die, die wir vorhin zündelt haben, gell? Die Blöckhoff. Oh, schön. Wenn du die ganze Zeit schüsselst, geht's schon nicht aus, glaube ich. Die brennen schön lang, gell? Schmeiß ihn einfach hin. Noch eins. Also, schauen wir mal, was haben wir noch gesehen in der Kiste? Den da. Den da. Dann tun wir mal so eine Pirouette hinstellen vorne. Bodenwürr. Ja, dann gehen wir mal vorne ein Stück hin. Bodenwürr. Ja, dann gehen wir mal vorne ein Stück hin. Da stößt her. Na, das war aber nicht lang. Schau mal, hat man da noch ein bisschen drin? Da ist das, zeig mal. Der hat den Vulkan, der es jetzt unbedingt hin stellen. Stell dir mal davor, irgendwo. Aber der kracht halt da. Nein, so ein Schmetterling. Da. Da hin. Du mal ein bisschen weiter vorstell. Ein Schmetterling. Das ist der Magic Stars. Ja, dann legen wir mal hin da vorne irgendwo. Der alte Vito Schmetterling. Genau davor. Davor. So. 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 Ja, sowas. Ja, sowas können wir auch zünden. Das sind, zeigen wir mal her. Guck mal dann hier. Das ist da. Das ist da. Ja, und Schmetterling können wir dann auch nochmal zünden. Oh ja. Schmetterling. Ja. Ich suche mir jetzt mal was ganz Gutes aus. Die sind einfach top, die Artikel. So. Den können wir auch mal zünden. Nein, mehr dieser. Solitze Hicke. Ja. 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 Was ist dieser? Ein Schmetterling schon wieder. Du bist dein Schmetterling, oder? Leg ihn vor. Aber die graue Seite nach unten, die farbige Seite nach oben. So. Genau. Genau. Der. Ich glaube jetzt lang ist es, oder? Nein. Der da. Der ist jetzt so richtig vorherwegs geil, oder? Der da. Der ist so laut. Der ist echt laut. Ja, die können wir nochmal vertieren. Dann machen wir jetzt nochmal ein, und dann hören wir auf. Nein. Nicht aufhören. Ich gehe heute noch. Einen Tag jetzt noch, und dann machen wir Schluss für heute. Ja. Ich gehe heute noch. Machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Ja. Die alten sind richtig gut. Das war einer von... Linktriad-Frame. Dadda. Guck da. Goldwegen. Ja. Dann lässt du jetzt auch mal halten, komm. Dann gehen wir rein. Dahinter halten, gell? So. Ich bin schon dabei gell? Halt mal weg von dir. Der ist schön, oder? Feist, der Goldregen. So, das war's. Jetzt schmeißen wir ihn gleich weg. So, prima. Und jetzt darf die Fernseher noch einen halten. Dann gehen wir rein. So einer, der soll überblüten. So einer. Okay, dann gehen wir rein. Dann reicht's für heute. Das soll ich zuschauen? Das ist ein Veko-Goldregen. Heute ist auch schön, oder? Veko-Goldregen. Veko-Goldregen. So, das war's. So, das war's. So, das war's.